Moin lieben Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube Kanal. Ich möchte euch hier ein Projekt vorstellen, das ich Schuppenpanzer genannt habe. Wie der Name vermuten lässt, beruht das Projekt auf Technik und Konstruktion eines historischen Schuppenpanzers und ermöglicht am Ende die Erstellung wunderschöner, hochflexibler Oberflächen, die man in unterschiedlichster Art und Weise verwenden kann. Der Fantasie sind dabei kaum Grenzen gesetzt, was ihr sehr schnell herausfinden werdet. Ich denke hier an Applikationen auf eurem Lieblingshemd, Gürtel, Taschen, Manschetten, Miniröcke, Bilder, Fisch und ich erspare mir den Rest. Unter anderem lässt sich damit natürlich auch eine Rüstung herstellen, die sich sehr gut für mittelalterliche Events oder den Karneval eignet und gleichzeitig deutlich günstiger und leichter ist als eine Metallrüstung. Wie bin ich eigentlich darauf gekommen? Ich habe versucht, mein geschichtliches Wissen auf einen besseren Stand zu bringen und bin dabei auf den Kanal von Michael Zajadke gestoßen. Dieser wiederum hat sich als Altertumsforscher in einem seiner vielen Projekte mit dem Nachbau einer griechischen Rüstung beschäftigt. Diese Rüstung besteht teilweise aus einem Schuppenpanzer, der in seinem Projekt sehr aufwendig, natürlich sehr nah am Original, in Metall nachgebaut wurde. Das heißt nichts anderes, als dass die Schuppen einzeln aus Metall hergestellt, gebohrt und anschließend mit einem Messingdraht auf ein Wams aufgenäht wurden. Mit meinen Mitteln ist diese Art so gut wie unmöglich, aber da kam mein Laser zum Einsatz und der hat dann dieses Projekt ermöglicht. Als jemand, der sich sehr für Geschichte interessiert, fand ich das natürlich von Haus aus sehr spannend, zumal das Team von Herrn Zajadke die Rüstung auch echten Belastungstests mit Werkzeugen wie Messern, Speeren oder sogar Schusswaffen unterworfen hat. Als Gestalter allerdings hat mich mehr die Oberflächenstruktur und die Flexibilität fasziniert und mir sind sofort viele Verwendungsmöglichkeiten für dieses Projekt eingefallen. Da in den Rüstungen gekämpft wurde, kann man schon mal unterstellen, dass ein Schuppenpanzer sehr flexibel ist und sich damit auch für die Verzierung von Kleidung oder ähnlichen eignet. Ich habe mich also drangesetzt und die Originalteile mit Sperrholz, Baumwollstoff und Zwirn nachgebaut und zeige euch in den nächsten Videos, wie man daraus eine Oberfläche herstellt, die sich für verschiedenste Objekte eignet. Ein Schuppenpanzer hat zum Glück nur wenige Bestandteile, genauer gesagt vier. Das sind zum ersten Schuppen mit vier Löchern, das ist die Masse der Schuppen. Dann haben wir noch Schuppen mit fünf Löchern, die man für den Randausgleich benötigt. Die benötigen Zwirn und letztlich ein Tuch, auf dem die Schuppen aufgenäht werden. In meinem Projekt habe ich die erforderlichen Löcher bereits mit dem Laser erzeugt. Das bedeutet insgesamt eine deutliche Arbeitserleichterung und einen sehr genauen Verlauf der Schuppenreihen. In den nächsten Videos zeige ich euch also, wie man die Schuppen aufnäht und wünsche allen Interessierten viel Spaß beim Erstellen eigener Oberflächen. Wer in der Lage ist, ein Video anzusehen und zwei gesunde Hände hat, wird am Ende auch in der Lage sein, solche Oberflächen herzustellen. Natürlich könnt ihr versuchen, die erforderlichen Teile selbst herzustellen, was nicht unmöglich ist, aber meine Empfehlung ist natürlich, die Teile bei mir zu kaufen, damit eine große Menge Zeit zu sparen und diese Zeit zu verwenden, um der Fantasie freien Lauf zu lassen und sich eigene Projekte auszudenken. Falls ihr die Schuppen tatsächlich selbst herstellen wollt, hier ein kleiner Spoiler zur Abschreckung. Für eine Fläche von 18 x 28 cm habe ich ca. 300 Schuppen benötigt. Diese 300 Schuppen hatten mehr als 1200 Löcher, die alle gebohrt sein wollen. Und stellt euch mal vor, ihr müsstet die alle selbst herstellen.